So, hallo meine lieben Fans, oder auch nur einfach Zuschauer, ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, wir machen nur das Reflexia-Ritual, dafür muss es nicht gleich komplett ruhig sein. Ja, also, beginnen wir. Ich kann nicht versprechen, ob es funktioniert. Und deshalb, beginnen wir einfach mal. Wir müssen jetzt dreimal hintereinander sagen, zeige mir, was jenseits liegt. Zeige mir, was jenseits liegt. Zeige mir, was jenseits liegt. Und jetzt müssen wir uns so lange bespiegeln und schauen, bis wir uns sehen. Bis wir uns was komisch vorkommt, also noch ein Spiegelbind. Ich bin hier, jetzt lasst mal ruhig. Ich bin hier, jetzt geht's. Ich bin hier, jetzt bin ich hier. Naja, es scheint wohl wieder ein Reifhalter gewesen zu sein, wie leider so oft, aber ich warte noch ein bisschen. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass es zu viel Licht ist, das heißt, ihr werdet mich jetzt gleich wahrscheinlich nicht mehr sehen können, naja, Vorfühlfekt, kann passieren. Ihr müsst für dieses Ritual auch sehr müde sein, denn klappt es am besten. Gut, ich bin momentan einfach noch zu wach dafür, bin halt Nachtaktiv extra für euch. Jo, wenn euch was aufgefallen ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Also, ich breche das Experiment jetzt hiermit ab. Wie gesagt, wenn euch was aufgefallen ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf und lasst ein Like da und vergesst nicht, bei schlechtester Gamer vorbeizuschauen bei meinem Kumpel und da auch ein Apportat zu lassen. Ich bedanke mich. Schlaft noch gut.